Es wird so, wie jetzt auch, jetzt muss man sich jetzt alles feststellen. So, und der andere, der Kassier ist eigentlich losgegangen, so war ich noch fast dran. So, jetzt geht's nicht mal an sich schnell, aber sehr sichtbar. Jetzt rückt die schmalen Schrappe hinten raus und sucht die Anspielstation nach vorne. Positioniert sich drüben ganz links. Dann will Hans, hier kommt Mia, wieder ganz breit stehen, weil wir kamen uns jetzt zurück auf die Ikea. Jetzt ein Entspannter für sich wieder mal diagonal. So, jetzt hat der Ausflug von Tiger für ein echtes Problem, weil jetzt kommt Mia mit vollem Tempo auf. Tiger hat uns super vom Steckchen gewünscht. Absolutes Traum.